Gewitte Minden, Grün-Weiß-Dankersen gegen SCD-AfK Leipzig, 24 zu 26 mit sieben, mit sieben Maceke Ballertoren. Wie fandst du deine Leistung? Ich fand sie spitze. Ja, es war geil. Ich freue mich, dass ich auch viele tolle Fälle von konnte, aber das haben ja Jungs vorbereitet. Also das Wichtigste ist, dass wir heute das Ding gedreht haben und dass wir heute mit zwei Punkten nach Hause fahren. Du sprachst an, das Spiel gedreht. Die Leipziger führten in der ersten Halbzeit mit zwei Toren und dann kamen zehn Minuten und Minden zog mit 8 zu 1 Toren davon. Aus einem 3 zu 5 wurde ein 11 zu 6. Was ging in deinem Kopf davor? Ja, was ist los? Wir haben gut trainiert und so. Wir wussten alles, was sie machen und dann konnten wir halt keine Tolle machen. Und manchmal haben die Jungs von Minden so geblockt, dass der Ball sofort im Konter war. Aber ja, das Wichtigste ist, dass wir Charakter gezeigt haben. Das hat auch André die ganze Zeit in der Kabine gesagt, jetzt zählt nur Charakter. Das haben wir auch heute gezeigt. Und ja, wir sind mega, mega stolz auf uns und wir freuen uns sehr für die Tore. Deine Tore waren ja nicht nur gefragt, sondern auch deine Abwehrleistung. Du standest mit im Mittelblock, vor allem in der zweiten Halbzeit. Da habt ihr ja ein richtiges Bollwerk aufgebaut. Gib mal einen Tipp für kleine Handballspieler. Wie müssen die das machen? Also in der zweiten Halbzeit hat das Radbasti sich richtig, richtig gut gemacht. Ich habe dann etwas Pause gekriegt, nach 10, 15 Minuten. Aber ja, man muss immer kämpfen und auch wenn es schief geht, man muss immer daran glauben. Also ich bin jetzt keiner, der richtig geile Sprüche macht, aber ich glaube, das ist das Wichtigste, Arbeit, arbeiten. Und wenn du jetzt nach Hause kommst, gibt es bestimmt was Kräftiges zu essen. Was macht dir deine Frau? Ich weiß es nicht, ich weiß es noch nicht, aber ich rufe dir gleich an und sage, dass ich wirklich viel brauche, weil das war ganz, ganz anspruchsvoll. Jetzt ohne Milo ist das mega schwer. Und waren deine Tore auch ein bisschen Andenken an Milo? Ja, also ich habe die für mich gemacht, aber ja, ich wünsche Milo viel, viel Gesundheit und ich warte nur, bis der wieder zurückkommt, dass wir das Spielzeit etwas teilen können. Und du musst auch was trinken. Ich sehe gerade deinen Männer schweißt. 99 Prozent, Wasser, ein Prozent, verschiedenes Alze. Läuft dir auch von der Stirn? Ja, also ich bin jetzt, wir sind jetzt zwei Minuten nach dem Spiel. Ich bin noch ganz, ganz nütig. Also ja. Und lass dir die letzte Bank im Bus reservieren. Leg dich lang, du hast es heute verdient. Herzlichen Glückwunnen uns noch mal. Der SCD-AfK holt seinen dritten Auswärtssieg mit sieben Toren von Maciej Kepala. Mach weiter so, auch im nächsten Heimspiel gegen Erlangen. Da bist du wieder dabei? Ja, da bin ich wieder dabei und hoffentlich bin euch auch gut. Danke. Dankeschön. Danke.